So, dann fahren wir mal auf zur Fahrprüfung. Ach du heilige, sag mal du Schnäpfe, hier ist nichts von rechts. Ich glaube, dir brennt der Helm, ich bin wegen dir fast vom Rad gefallen. Nochmal so eine freche Klappe und dein Helm brennt wirklich. Lass dir lieber mal die Nase verkleinern, kein Wunder, dass du nichts siehst. Rudi, ich sag's dir, die alte vom Fahrrad, sollte ich die nochmal sehen? So, dann fangen wir mal... Das glaube ich jetzt nicht. Sag mir bitte nicht, das ist die alte vom Fahrrad. Das ist die alte vom Fahrrad. Ich bin die alte vom Fahr... Warte mal, bist du mit dem Auto zur Fahrprüfung gefahren? Warum sie mit dem Rad und nicht mit dem Auto kommen, durfte ich eben schon feststellen. Ich bin durchgefallen. Na warte.